Also hier geht es richtig zur Sache. Komm mal kurz mit. Ich frage mal bei French Power, wie es für Bernhard Wagner aussieht. Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Wie sieht es denn für einen Bernhard Wagner da draußen aus? Ja, im Moment sieht es nicht so gut aus. Also ich denke mal, er hat sich irgendwo gedreht. Eigene Schuld vermutlich. Und jetzt wird es natürlich eng. Ich glaube nicht, dass er da noch rankommt an den Laut jetzt im Moment. Das ist echt schade, oder? Das ist echt schade, ja. Also da müssen wir halt morgen nochmal zu lang. Ja, und nochmal richtig zu lang, ne? Morgen lang machen wir nochmal richtig zu. Vielen lieben Dank. Ja, bitte. Das war aber nicht das Einzige, was hier so in den letzten Sekunden passiert ist. Andreas Rienke ist hier gerade an der Pitwall vorbeigekrochen. Das sieht nicht gut aus für Andreas. Bis gleich.